so jetzt muss ich hier wieder rauskommen weil ich mich hier gerade die bäre durchgebracht habe das hat auch nichts gebracht ja jetzt bin ich wieder am ausgang die habe ich auch alles schon gelöst eigentlich jetzt bin ich hier hier war nur die insackgasse der weg nach unten den ich nicht gehen möchte und ja die ganze gruppe schon wieder vor hungern da war ich nur dass die tür da hinten auf auch und auch und Und hier bin ich jetzt wieder am Anfang Kein Shift Platz Keine Rätsel Und ich glaube das hier hat hier aufgemacht gehabt Ja da ist eine Secret Wall zu sehen Hier war nichts Das hier hatten wir schon angezündet Und euch können wir leider nicht kaputt machen So da weg Das war glaube ich für die Tür hier Hier war das mit dem Stein Den man nicht werfen sollte Weil man ihn noch braucht Den Stein den man noch braucht Der bringt einen auch nur da runter Ja Das hat wahrscheinlich nur das Secret hier geöffnet gehabt Genau Ja das hier war die Miese Falle gewesen Hier sind wir gerade runter gefallen So jetzt muss ich nur gucken wie ich da wieder aufkriege Ah hier Das hilft mir aber immer noch nicht weiter hier zuzumachen Und auch hier runterfallen hilft mir nichts Nö dunkel machen bringt auch nichts Welches tut uns das zur Zeit nicht weh Hm Ich kapier auch nicht ganz Light Light Missile Das war jetzt ein Dark Burst Und irgendwas Telekinese kann ich auch nicht Ah Schockschild Magic Error Detect Monsters Oh Da fällt mir ein Hatte sie nicht irgendwo Detect Sequels können wir noch nicht Schade Magic Error Bringt auch nichts Ähm Ne es werden nur mehr die wir darüber pfeffern Man ich will doch nur an Don't touch the crystal Das habe ich ihn getouched Ich will doch nur an das Zeug hier drüben rankommen Sling klappt auch nicht Ich sehe halt Spinnenweben hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier Ich sehe halt nicht nur an das Zeug hier nein das bringt auch nichts da wir halt auch knopf noch was hat mir das jetzt bitte gebracht ernsthaft nichts steine runterschmeißen hilft auch nicht viel und hier unten ist auch nichts versteckt vor allem da ist da ist ein knopf aber ich komme nicht an den knopf an ich bin war das der knapp für hier wahrscheinlich ja da wieder nichts geändert meine community ist ja leider stein auf stein im osten ok dem gehe ich nachher auf die spur irgendwas ist nämlich jetzt wieder aufgegangen zwei pfeile ein katschel und die giftbombe von hier aus dem osten oder da unten irgendwo und 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 und